Der Heidelberger Katechismus Zwölfter Teil Vom Gebet Frage 116 Warum ist das Gebet für den Christen nötig? Antwort Weil es das vornehmste Stück der Dankbarkeit ist. Welche Gott von uns fordert. Und weil Gott seine Gnade und Heiligen Geist alleine denen geben will, die ihn mit herzlichen Seufzen ohne Unterlass darum bitten und ihm dafür danken. Frage 117 Was gehört zu einem solchen Gebet, das Gott gefällt und von ihm erhört wird? Antwort Erstens, dass wir allein den einzigen, wahren Gott, der sich uns in seinem Wort geoffenbart hat, um alles, was er uns zu bitten befohlen hat, von Herzen anrufen. Zum anderen, dass sie unsere Not und unser Elend recht gründlich erkennen, um uns vor dem Angesicht seiner Majestät zu demütigen. Zum dritten, dass wir diesen festen Grund haben, dass er unser Gebet, unbedacht dessen, dass wir unwürdig sind, doch um des Herrn Christi willen sicher erhören will, wie er uns in seinem Wort verheißen hat. Frage 118 Was hat uns Gott befohlen, von ihm zu bitten? Antwort Alle geistliche und leibliche Not durft, die der Herr Christus in dem Gebet, das er uns selbst gelehrt hat, zusammengefasst hat. Frage 119 Wie lautet dieses Gebet? Antwort Unser Vater, der du bist in den Himmeln, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute, Und vergib uns unsere Schuld, Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, Sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Frage 120 Warum hat uns Christus befohlen, Gott so anzureden, unser Vater? Antwort Damit er gleich im Anfang unseres Gebetes in uns die kindliche Furcht und Zuversicht gegen Gott erwecke, Nämlich, dass Gott unser Vater durch Christus geworden ist Und uns deshalb viel weniger verweigere, worum wir ihn im Glauben bitten, Als unsere Väter uns irdische Dinge verweigern. Frage 121 Warum wird hinzugefügt, der du bist in den Himmeln? Antwort Damit wir von der himmlischen Majestät Gottes nicht irdisch denken Und von seiner Allmacht alle Notdurft des Leibes und der Seele erwarten. Frage 122 Was ist die erste Bitte? Antwort Geheiligt werde dein Name Das heißt, gib uns, dass wir dich recht erkennen Und dich in allen deinen Werken, in denen deine Allmacht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit leuchten, Heiligen, Rühmen und Preisen. Gib uns auch, dass wir unser ganzes Leben, Gedanken, Worte und Werke danach ausrichten, Dass dein Name um unsretwillen nicht gelästert, sondern geehrt und gepriesen werde. Frage 123 Was ist die zweite Bitte? Antwort Zu uns komme dein Reich Das heißt, regiere uns durch dein Wort und deinen Geist, damit wir uns dir je länger, je mehr unterwerfen. Erhalte und mehre deine Kirche und zerstöre die Werke des Teufels und alle Gewalt, die sich wieder dich erhebt, und alle bösen Ratschläge, die wieder dein heiliges Wort erdacht werden, bis die Vollkommenheit deines Reiches herzukomme, indem du alles in allen sein wirst. Frage 124 Was ist die dritte Bitte? Antwort Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel Das heißt, verleihe, dass wir und alle Menschen unserem eigenen Willen absagen und deinem allein guten Willen ohne alles Widersprechen gehorchen, damit jedermann sein Amt und seinen Beruf so willig und getreu ausrichte wie die Engel im Himmel. Auf wen beziehen sich die ersten drei Bitten? Sie beziehen sich auf Gott und seine Verherrlichung. Frage 125 Was ist die vierte Bitte? Antwort Unser tägliches Brot gib uns heute. Das heißt, du willst uns mit aller leiblichen Notdurft versorgen, damit wir dadurch erkennen, dass du der einzige Ursprung alles Guten bist und dass ohne deinen Segen weder unsere Sorgen und Arbeit noch deine Gaben gedeihen, und damit wir deshalb unser Vertrauen von allen Kreaturen abziehen und allein auf dich setzen. Auf wen beziehen sich die letzten drei Bitten? Sie beziehen sich auf uns. Das ist unsere Notdurft an Leib und Seele. Frage 126 Was ist die fünfte Bitte? Antwort Frage 127 Was ist die sechste Bitte? Antwort Antwort Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, weil wir aus uns selbst so schwach sind, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können, und dazu unsere abgesagten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Fleisch nicht aufhören, uns anzufechten, Mögestein, mögestein, durch die Kraft eines Heiligen Geistes, damit wir ihnen festen Widerstand leisten, und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den vollkommenen Sieg erreichen. Frage 128 Wie beendest du dieses Gebet? Antwort Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das heißt, dies alles bitten wir von dir, da du als unser König und aller Dinge mächtig uns alles Gute geben willst und kannst, und dass dadurch nicht wir, sondern dein heiliger Name ewig gepriesen werden soll. Frage 129 Was bedeutet das Wort Amen? Antwort Amen heißt, das soll wahr und gewiss sein, denn mein Gebet ist viel gewisser von Gott erhört, als ich in meinem Herzen fühle, dass ich solches von ihm begehre. Ich schätze, als ich in der Lage habe, mir darauf attest, dass du das Gebet war und alles gut in meinem Leben gebe, dass ich das ausprobieren kann. Und mein Gebet war da erhört. Aber das ist viel gewisser, das ist viel gewisserlernen, denn das ist viel gewisser.